Ja, liebe Eintracht-Familie, der 15. Dezember ist ein ganz besonderer Tag. Da wird unser BTSV 125 Jahre alt. Eigentlich ein Tag, um ausgelassen zu feiern. Leider macht uns die Corona-Pandemie auch hier einstrichlich rechnen. Und wir können unseren Verein nicht wie geplant im Kreise der gesamten Eintracht-Familie hochleben lassen. Doch was ist ein Geburtstag ohne Feier und ohne Gäste? Deswegen ist unser Wunsch an euch. Zeigt Flagge, für welchen Verein schlägt euer Herz und das Herz dieser Region. Hisst eure Fahnen, schmückt eure Fenster und Häuser, tragt eure Trikots in blau-gelb und stoßt auf die Löwen ein. Ladet eure Fotos ab dem 15. Dezember über die Social-Media-Kanäle hoch, werdet Teil unserer Social World und nehmt so als Gäste an unserer virtuellen Party teil. Lasst uns auch in diesen Zeiten in Eintracht zusammenstehen. Räumlich getrennt, aber im Herzen vereint. Seit 125 Jahren im Braunschweiger Land.